Ein Mercedes-Benz Viano steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kombi hat 5 Türen und bietet 6 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 30.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2013. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine satte Leistung von 224 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 8,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017